Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Part zurück zu Minecraft Und wir sind back Vorgestern kam glaube ich die letzte Folge oder was gestern, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher Ich hoffe, dass es gestern war Aber ich glaube fast schon nicht So ein geiles Baumhaus wäre schon auch geil, wenn wir das bauen würden Es gibt so viele Möglichkeiten Aber hey, wir bauen erstmal unser Haus fertig Ich denke mal, das ist erstmal Das Beste und Logischste Was wir tun können Jo Du bist auch mal weg Ja Jetzt dürfte eigentlich alles freilegen Und jetzt dürfen wir richtig viel Holz haben Na toll Super, Peter Wieder mal alles übersehen Aber was soll's So, das ist mir noch gar nicht aufgefallen da hinten Das sieht eigentlich ziemlich nice aus, muss ich sagen Oh, das sieht geil aus Jetzt werden wir aber langsam mal auch eine Höhen-Tour machen müssen Ich persönlich stehe da nie so wirklich drauf Also so mega mäßig Ich mach's, aber ich sag mal so Es gibt besseres So, heute spielt Bayern, Leute Denn heute ist Samstag Und wir spielen gegen Hennel bis 96 Ich bin schon mal gespannt drauf, muss ich sagen Wie das Spiel so ausgehen wird Wir haben jetzt gerade ein Uhr, deswegen Ähm, fängt's erst in knapp zweieinhalb Stunden an So, kurz ein Feucheln schon drauf Das war richtig doll Ah, richtig doll So, da kriegen wir erstmal Asettlinge Ja, so So Fertig Manchmal haben wir sogar Plus gemacht Was die Dinger nicht angeht Okay Wir brauchen ein paar Ja Das ist nur die Frage Boah Dann hab ich jetzt mal gar nicht gedacht Wir erweitern das Ding hier oben um zwei Das sieht jetzt dann mega beknackt und so aus Weil so ist es jetzt halt gerade Dann würde ich fast schon sagen Dann machen wir das Ganze so Das sieht einfach, äh, besser aus, finde ich Wenn das alles ein bisschen gleicher ist Und so viel Unterschied macht das jetzt hier auch nicht So Was für eine Decke machen wir Was für eine Decke machen wir jetzt daraus, so Und so ist die nächste Frage Dann Machen wir wieder Stein Dann haben wir aber eine Steindecke Und wie hoch ist es hier? Drei Hier ist auch drei, ne? Napp Ne, wir machen einfach ganz normal alles aus Holz Das ist Das, was denke ich mal schon am besten aussehen wird Es sieht so aus, als würde es dunkel werden Ich glaube ich werde mich so oft jetzt nicht mehr verbauen Ich glaube ich werde mich so oft jetzt nicht mehr verbauen Ich glaube ich werde mich so oft jetzt nicht mehr verbauen Und ich habe echt gedacht, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt Das habe ich gehofft, aber leider Sieht es wohl so aus Sieht es wohl so aus Als würde es wirklich nicht komplett reichen Hm Ja ist ja in Ordnung Das ist ja alles kein Problem Das ist ja alles kein Problem Gut Was wir das noch haben Achtmal Brot Das ist auch neunmal Brot Das ist sehr sehr gut Genauso wie das ganze hier unten Habe ich mich verklickt Übrigens habe ich mich dazu entschieden Euro Truck Nicht zuletzt plane Weil das Lenkrad Das ist natürlich ein bisschen laut, ne? Dann habe ich nämlich gar nicht mehr gedacht Wenn ich ein Lenkrad steuere Das Lenkrad ist ziemlich laut Da ich ein Stammmikrofon habe Und würde das ganze dann Und würde das ganze dann Gleich ziemlich scheiße anhören Und immer wenn ich glänke da so ein komisches uneuneunevent Zu hören sein Und das mag ich nicht das ist ja hässlich Achja ... Da steht ja gar nicht ancient Name Gestern kam LCS von League of Legends, ja, alles nach Plan gel- also vieles nach Plan gelaufen bzw. eine Sache und zwar Fnatic hat gewonnen, das ist sehr gut. Elements hat verloren und da Elements jetzt keine Gefährder mehr für Fnatic ist, hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass sie doch gewonnen hätten, zumindest denke ich mir, dass die jetzt keine richtige Bedrohung mehr sind, aber es kann natürlich sein, dass die noch ein bisschen zurückkommen. Ich hoffe es, denn ich mag Elements, also überwiegend, weil auch Reckless drin spielt und froggen, ja, das sind somit meine zwei Liebsten, ne, also, wer jetzt soll nicht kennt den, der wird sich fragen, wovon redest du, Junge? Das sind, äh, ja, quasi einfach nur Gamer, die ein Spiel spielen und das ist halt so ziemlich groß aufgebaut und es macht einfach mega Spaß dazu zu gucken, weil man vor allem auch mega viel lernt durch sie. Also, die sind halt echt richtig gut. Die hat immer noch gehalten. Ah, nee, ich hab schon wieder angenommen. Okay. Okay. Warum ich das mache, damit wir hier hinten dann auch mal noch so ne sechste Leiter hinmachen können. Ihr hört grad Zombie-Geräusche im Hintergrund. Das kommt davon, weil da unten ein Zombie steht. Der Grund, warum ich hier so was mache, ist ganz einfach und zwar, weil wir jetzt hier unser Dach hinbauen werden. Holy shit. Ich hoffe es geht auch, denn müssen wir wohl oder eben hier die ganze Scheiße wieder abbauen und ein Flachdach drauf haben. Kann auch echt sehr gut sein, dass das jetzt einfach mal Null aufgehen wird. Das geht auf, zumindest größtenteils. Das sieht man jetzt nicht komplett behindert aus. Also normalerweise wäre es ganz, obwohl... Ja normalerweise müsste da oben noch einer drauf. So ganz normalerweise. Aber eigentlich ist es egal, denn das sieht trotzdem nicht schlecht aus. Weil oben kann man ja noch so zwei Treppen machen. Dann sieht es eigentlich gar genau gleich aus. Also eigentlich so wie es aussehen sollte. Ja. Deswegen alles super. Jetzt könnt ihr schon mal sehen, wie es hier so aussehen soll. Ja. Ich hoffe jetzt auch mal bald, dass hier wieder Tag wird. Und das finde ich jetzt auch nicht so gut. So. So. Obwohl. Das geht ganz einfach. So. Ich würde das hier warten. Wir machen es einfach so. Ja erstmal. Obwohl wir können jetzt eigentlich auch hier so Ja sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? Das sieht ja nicht mal ganz so scheiße aus. Ich habe ich gesehen, mein Freund. Ich bin eigentlich jetzt rausgekommen, damit wir jetzt hier vorhin kommen. Weil ich möchte jetzt schon gern den Dachstuhl, hier das Gestell fertig kriegen. Ein bisschen was muss man hier noch sehen, ne? Jetzt schnell verpissen. Ne, es geht ja jetzt bald die Sonne aufkommen, würde ich sagen. Fuck you, Creeper. Fuck you einfach, ey. Schleicht er sich da an, ne? So ganz langsam kommt er von hinten. Das ist... Ja, guck mal, Zombie. Ihr hasst mich doch alle, ihr Drecksviecher. Ja, wuchs uns heute in seinen Versuchen, die uns umbringen, aber hey. So. 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 Oh. So. So. wartet die erste schicht muss ja quasi so sein wie wärs wenn wir die zweite schicht und das bauen wir einfach dahin damit wir dann hier unten noch mehr platz haben ihr versteht was ich meine weil jetzt können wir haben hier unten mehr platz und so würde das dann bis hier unten rumhängen dann hätten wir hier einfach null platz ich denke man kann schon verstehen was ich meine so spart man eigentlich nicht nur holz sondern ist hier drin auch viel mehr raum weil hier seht ihr hier kommt man schon hier hin und hier wird man gerade so nur drunter passen und das machen wir jetzt noch zu ende Leute das möchte ich jetzt noch mit euch fertig stellen das würde ich jetzt noch gerne fertig stellen einfach nur damit wir es fertig haben das tut gut trinken trinken ist was schönes also wasser und so ne aber da wird eh wieder abgefackelt da kennen wir das noch dass wir wenigstens die erste seite fertig stellen ein paar sapling auf jeden fall noch einsammeln und auch gleich wieder anpflanzen damit wir auch gar nicht weit laufen müssen dass wir hier wieder unsere holz rankriegen aber wir kriegen einfach mehr saplinge raus wir kriegen einfach mehr saplinge raus ja gut so alles ganz gut jetzt ein bisschen da so was gemacht so was gemacht so was gemacht reicht erstmal wir brauchen jetzt nicht komplett übertreiben und dass wir jetzt hier alles noch nicht mehr brauchen werden das wäre ein Schwungspitzen das wäre ein Schwungspitzen das wäre ein Schwungspitzen erstmal ein bisschen länger gezogen mein Freundchen und du ebenfalls also wir werden ich denke mal nicht alles brauchen obwohl es wird knapp wir haben schon es war gut dass wir so viel gemacht haben und hier ist die erste seite fertig weil der Pusse hier unten irgendwo ist oder nochmal Ja, das war gut. Das war ein Trick. Das war jetzt kein Unterschied, oder? Ja, also die Treppen lang auf jeden Fall noch nicht. Aber man sieht schon, das sieht aus wie ein Dachstuhl. Und hier sogar so eine Schießscharte. Ja, heute wird es mal eine längere Folge, eine halbe Stunde rum. Ich bin so einer, ich möchte das jetzt fertigstellen, ist das? Ich spiele nur einmal am Tag Minecraft. Weil ich nehme nur einmal auf. Normal habe ich es immer so gemacht. Ich nehme ungefähr schon fünf Folgen auf an einem Tag. Aber jetzt nehme ich meistens nur eine auf. Einfach nur, damit es mir länger Spaß macht. Und das ist auch immer der Fehler gewesen. Ich war dann immer dann irgendwann total überfordert mit den Folgen. Wenn man das jetzt so Stück für Stück macht, dann ist das eigentlich alles richtig schön. So, was möchte ich auch nicht so sehen? Ja, Treppen haben wir jetzt. wir werden es uns jetzt gleich noch von weiten her angucken wie es denn so aussieht ob es gehe ob es aushaltbar ist ich kann gleich sagen dass diese holzplatten hier werden nicht reichen aber das ist uns jetzt erstmal egal weil das machen wir dann in den nächsten paar klären wir schaffen jetzt höchstens noch 1,5 der hier von den rundgängen hier mehr auf gar keinen fall circa haben wir noch so viel geschafft wie ich gesagt habe was für ein glück dass ich perfekt aufgeht war das ist echt ich dachte schon da wird wieder irgendwas nicht stimmen aber alles ja fackeln wären schon trotzdem ganz nice das wäre jetzt aber nicht so geil aber hey bevor es dunkel wird und die sonne geht schon wieder unter gucken wir uns unsere lights go on ich bin schon mal gespannt wie es aussieht ich hätte zwar gerne im sonnenschein gesehen aber hey ihr guckt mal einer an wenn da jetzt hier noch die säule dann runter kommt dann sieht das doch näher geil aus dann würde ich sagen danke fürs zusehen und wir sehen uns an der nächsten part und ja bis dahin Leute schönen tag ihr hört die musik wie immer im hintergrund und deswegen sage ich jetzt tschüss Bis zum nächsten Mal.